So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine neue Ausgabe unseres Q&A-Formates wartet auf euch mit der zentralen Fragestellung, wie lernt man eigentlich effektiv. Habt ihr sicherlich schon im Titel genommen. Ja, lang, lang ist es her. Jetzt ist es mal wieder soweit mit einer neuen Ausgabe. Der ein oder andere von euch hat sich das auch schon bereits gewünscht. Ich habe auch noch zwei, drei weitere Themen in der Pipeline. Nur brauche ich a. den Freiraum und b. die Lust und Laune, solche Videos, solchen Content eben zu produzieren. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen und heute eben mit dieser Ausgabe. Ich möchte diese Fragestellung mithilfe einer wissenschaftlichen Studie beantworten. Ganz wichtig ist, dass wir die Wissenschaft zu den Erfahrungen differenzieren. Erfahrungen sind individuell und subjektiv. Das heißt, die Erfahrungen, die ich mache, müssen nicht eure Erfahrungen sein. Und die Wissenschaft hat untersucht und hat eine Rangliste mit Faktoren aufgestellt, die die Wirksamkeit auf den Lernerfolg einordnen. Und diese Rangliste schauen wir uns heute einmal an. Ich habe sie mir hier auch ausgedruckt. Ich werde euch so die wichtigsten Punkte aus dieser Rangliste unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein packen. Ich kann euch allerdings hier nicht irgendwas aus der Literatur irgendwo hochladen. Das verstößt dann gegen das Urheberrecht. Das bitte ich dann auch zu entschuldigen, dass das nicht funktioniert. So, wie fangen wir an? Und zwar würde ich erstmal ein paar Basisbegriffe klären, so wie ich das auch immer in dem Q&A-Format mache. Und zwar ganz locker gehen wir das hier an und hangeln uns so ein bisschen an den Grundbegriffen entlang, bis wir dann zu der eigentlichen Beantwortung der Fragestellung gelangen. Heute macht mir eigentlich diese Rangliste das auch relativ einfach, weil hier schon die Lösung soweit draufsteht. So, erstmal, was versteht man unter dem Lernbegriff? Lernen als zentraler Gegenstand der Psychologie. Ihr merkt, ich habe mich hier der Psychologie auch mal zugewandt und geschaut. Was versteht man überhaupt in der Psychologie unter dem Begriff des Lernens? Und Lernen ist zunächst einmal ein lebenslanger Prozess. Das heißt, ihr solltet Lernen als lebenslangen Prozess auch annehmen. Das heißt einfach, Lernen hört nicht auf, wenn ihr mit der Schule fertig seid, mit der Berufsausbildung fertig seid, mit dem Studium fertig seid oder auch im Laufe des Lebens oder ihr seid Rentner, dann hört Lernen auch nicht auf. Ihr solltet Lernen als lebenslangen Prozess auch annehmen. Wenn ihr das nicht tut, läuft der Gefahr, dass ihr eben von der Gesellschaft abgehängt werdet, dass ihr eine gewisse Teilhabe an der Gesellschaft auch verliert, weil ihr euch beispielsweise nicht mit neuen Technologien im Zuge der Digitalisierung auseinandersetzt. Ich kenne das von meinen Eltern, die eben digital nicht so gut aufgestellt sind, die die Potenziale der Technologien auch überhaupt nicht einschätzen können, weil sie sich eben nicht damit umfassend beschäftigt haben. Und lernt daraus auch für euch. Nehmt Lernen als lebenslangen Prozess auf, dass ihr immer wieder mal eine Zeitung nehmt. Das reicht ja schon aus. Ihr zieht euch eine App aufs Smartphone. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Heise-App, ohne jetzt Werbung zu machen. Ich habe die Heise-App zum Beispiel auf meinem Smartphone, wo ich regelmäßig Artikel lese und mich eben mit dem Thema der Digitalisierung auch beschäftige. Ich gucke regelmäßig Nachrichten im ZDF, im Ersten etc. Oder, oder, oder. Oder ich habe mein Newsfeed in meinem Android-Smartphone einfach nach links swipen so ausgerichtet, dass ich bestimmte Themen immer angezeigt bekomme aus der Wirtschaft, aus der Politik. Oder auch, wie gesagt, digitale Themen oder bestimmte Produktkategorien, die mich interessieren. Und ja, es ist nie einfacher gewesen, an Informationen zu kommen wie in unserer Zeit. Also nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung aus und nutzt sie für euren Vorteil. So, weiter. Und ist das entscheidende Potenzial des Menschen, das hatte ich ja schon so ein bisschen erläutert, kulturelle Errungenschaften zu reproduzieren, aber eben auch Neues zu schaffen. So, das einmal zum Lernbegriff. Packt ihr das gerne auf dem Kategorien und eignet euch die Definitionen zu diesem Lernbegriff an. Dann kommen wir zur Studie. Und zwar in Wirtschafts-Diaktik 1 im Bachelor-Studium habe ich die Hattie-Studie oder Hattie-Studie kennengelernt. Und Hattie hat in einer Studie mit mehr als 800-Meter-Analysen die 50.000 Einzelstudien zusammenfassen. Das muss man sich mal versuchen vorzustellen. Und ihr merkt, das ist gar nicht so einfach, 50.000 Einzelstudien. Da kommen lauter Bilder im Kopf bei mir, wo ein Stapel an Papier vor mir stehen und ich den Überblick verliere. Also 50.000 Einzelstudien ist schon echt eine Masse. Und diese werden zusammengefasst und Hattie hat untersucht, was guten Unterricht ausmacht. Und anhand eines Maßes, und zwar des Maßes der Effektstärke, eine Rangliste mit Faktoren aufgestellt, die die Wirksamkeit auf den Lernerfolg einordnen. Und so eine Rangliste habe ich mir jetzt hier mal ausgedruckt. Ihr merkt, wie gesagt, diese Rangliste kann ich euch nicht hochladen. Weil aus urheberrechtlichen Gründen darf ich das nicht. Ich kann euch immer ein paar Punkte aus der Rangliste unterhalb des Videos in der Videobeschreibung listen. Schaut euch das gerne mal an. Wir werden jetzt aber diese Rangliste Stück für Stück auch besprechen. Ich werde alle 13 Lerntechniken, die jetzt hier in dieser Rangliste angegeben sind, euch nahelegen und vorstellen. Bei ein paar Lerntechniken werde ich auch ins Detail gehen. Bei einigen Lerntechniken, da werde ich mich ein bisschen zurückhalten, weil da auch mein Verständnis sich in Grenzen hält. Die fünf unteren Lerntechniken können wir eigentlich vergessen, weil die nur eine durchschnittliche bzw. unterdurchschnittliche Effektstärke aufweisen. Das heißt, sie sind nicht so wirksam für den Lernerfolg einzuordnen in dieser Untersuchung. Das ist nochmal ganz wichtig. Man kann auch solche Untersuchungen, solche Studien natürlich auch kritisieren. Das sollte man auch machen. Ich meine, das habe ich in der Wirtschafts-Darktik 1 auch gemacht, dass ich da zwei Kritikpunkte zur HETI-Studie auch gelistet habe. Und das solltet ihr auch im Hinterkopf behalten, dass ihr solche Studien auch immer kritisch beäugt. Und immer so ein, zwei Kritikpunkte auch parat haben. Was könnte man kritisieren an dieser Studie? So, zentrale Fragestellung, wie lernt man eigentlich effektiv? Zunächst einmal, Lerntechniken sind nichts anderes als Programme. Wir wollen das Lernverhalten der Lernenden verbessern. Und das eben durch die Lerntechniken selbst. Jetzt gehen wir mal diese Rangliste durch. Ich fange mal mit dem wichtigsten Punkt an, mit der höchsten Effektstärke von 0,85. Also überdurchschnittliche Wirksamkeit auf den Lernerfolg hat die Strategie, beziehungsweise die Lerntechnik der Organisation. Organisation, falls ich ihm jetzt hier mal verspreche oder mal verschreibe, bitte ich das zu entschuldigen. Organisation und Transformation. Das ist eine Strategie, eine Technik, die hier zusammengefasst ist, die man auch nicht so trennen kann voneinander. Und darum geht es hier. Es geht einfach zunächst einmal um die Umstrukturierung des Lehrmaterials. Das, was ich hier auf meinem Channel mit meinem Projekt Study Break auch mache, dass ich mir die Vorlesungsveranstaltungen, die Übungsveranstaltungen, die Tutorien nehme, die Übungsunterlagen insgesamt, die Fachliteratur, alles was mir irgendwie zur Verfügung steht, nehme ich, packe das erstmal in einen Topf und dann strukturiere ich dieses Wissen, was ich habe. Und dadurch beschäftige ich mich erstmal überhaupt mit den Inhalten intensiv und ich reduziere diese Inhalte auf den wesentlichen Kern. Das ist erstmal ganz zentral. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ihr den Foliensatz nehmt, der meinetwegen aus 500 Folien besteht und ihr sagt, ey, ich lerne diese 500 Folien alle auswendig, könnt ihr gerne machen. Erstmal ist der Zeitaufwand immens hoch und dann ist das Ganze nicht zielführend, auch aus dem Grunde, weil ihr spätestens nach der Klausur ist alles wieder vergessen und dann habt ihr auch über die Hälfte wahrscheinlich nicht verstanden, die in den Foliensätzen, in den Veranstaltungsfolien eben stehen oder auch in den Übungsunterlagen stehen oder in der Literatur. Also nicht einfach nur stumpf auswendig lernen, sondern sich intensiv überhaupt erstmal mit den Inhalten beschäftigen und das kann man, indem man die Inhalte erstmal strukturiert. So und das habe ich ja gemacht. Zum Beispiel schaut mal auf meine Webseite. Ich habe dort einen Fragenkatalog im Modul erstellt mit zielgerichteten Fragen auf die Inhalte, die ich eben kennengelernt habe. Auch die kann man natürlich nur auswendig sich aneignen, aber es ist dann schon mal in der Masse nicht so viel, als wenn ich mir den gesamten Foliensatz nehme. Und dadurch, dass ich mich damit schon beschäftigt habe, indem ich das eben strukturiert habe, habe ich auch schon gewisse Inhalte mir angeeignet durch die Strukturierung eben selbst. Und wichtig auf dem wesentlichen Kern, sich das Ganze eben zu reduzieren. Sprich, es gibt Inhalte in den Übungsunterlagen, in den Vorlesungsunterlagen, die sind total irrelevant. So, oder die nehmen Bezug auf Inhalte, die vielleicht ein Semester oder zwei Semester davor liegen, die aber für das Modul selbst eigentlich, ja, die sollen euch nur so eine Brücke noch schaffen. Und das kann man alles, wie gesagt, erstmal rauslassen. Dann gibt es viele Redundanzen auch in den Foliensätzen, sprich Themen oder Begrifflichkeiten, die immer doppelt, dreifach, vierfach aufgegriffen werden. Oder vielleicht reicht auch ein Beispiel aus, um einen Begriff oder ein Modell, eine Theorie zu verstehen, statt immer zwei, drei, vier Beispiele heranzuziehen. Also man kann erstmal durch die Transformation und Organisation der Inhalte sich den Input erstmal reduzieren auf den wesentlichen Kern. Und mit der Transformation ist auch gemeint, dass ich den Input in eine andere Darstellungsform auch hineinbringe. Vielleicht sagt ihr, ey, mit den Folien komme ich gar nicht klar, weil da so viele Texte draufstehen oder so viele Tabellen oder so gezeigt werden. Ich erstelle mir zu den Folien einfach nur Mindmaps. So, vielleicht ist das euer Weg, sich die Inhalte anzueignen. Also einfach mal die Darstellungsform auch hinterfragen und die Darstellungsform zu transformieren in eine andere Darstellungsform. Und hier in der Wissenschaft steht, offene oder verdeckte Strategien zur Umstrukturierung des Lehrmaterials zur besseren, einfacheren Verarbeitung. Das ist das, was ich hier erläutert habe. Und in der Beschreibung steht, ein Konzept erstellen, bevor ein Text verfasst wird. Könnte man auch machen. So, das erstmal zur Organisation und Transformation. Ich würde hier nochmal hinschreiben, stichpunktartig Umstrukturierung des Lehrmaterials. des Lehrmaterials auf den wesentlichen Kern. Reduziert auf den wesentlichen Kern. So, wo wir es jetzt schreiben. Reduziert auf den wesentlichen Kern. Ja, und damit habe ich schon die effektivste Lerntechnik hier vorgestellt. Und deshalb habe ich die auch ein bisschen umfassender hier für euch behandelt. So, gehen wir mal auf die zweite ein. Und zwar an Position 2 habe ich hier die Selbstbelohnung. Darunter kann man sich sicherlich auch was vorstellen. Das können wir auch relativ schnell abhaken. Und zwar geht es hier darum, selbst bereitstellen oder vorstellen von Belohnung oder Bestrafung für Erfolg und Misserfolg. Das heißt, für Erfolg belohnt ihr euch selbst. Für Misserfolg bestraft ihr euch selbst. Bei der Bestrafung würde ich das mal hinterfragen. Aber dass man sich so kleine Belohnungen eben schafft dafür, dass man bestimmte Inhalte sich angeeignet hat. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann hier vom PC sitze und sage, okay, ich nehme jetzt hier diese 10 Fragen vor, diese 10 Grundbegriffe, die ich mir aneigne. Und danach gucke ich mir ein YouTube-Video an, das ich gerne über den Tag noch sehen wollte. Wäre eine Selbstbelohnung, die man eben dann macht. Und hier kann man aufschieben, angenehme Ereignisse auf die Zeit nachgetaner Arbeit. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich lese mir das mal kurz durch. Aufschieben, angenehme Ereignisse auf die Zeit nachgetaner Arbeit. Achso, jetzt verstehe ich es. Also, angenehme Ereignisse erst nachgetaner Arbeit vollziehen. Das heißt, die Belohnung, die ich mir dann gebe, dass ich die eben erst nicht vor der Arbeit, dass ich mir nicht erst vor der Arbeit das Video anschaue, was ich mir anschauen wollte, sondern erst danach. Punkt. So, also, wir notieren hier einmal, selbst bereitstellen oder vorstellen von Belohnung oder Bestrafung. Ich schreibe hier einfach mal hin, Belohnung oder Bestrafung für Erfolg, für Erfolg oder bzw. und Misserfolg. Und ja, das Ganze erstmal dazu. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Hier in der Liste steht jetzt was von Selbstunterricht. Den Punkt würde ich gerne hier nicht jetzt aufschreiben. Definition wäre hier, sich selbst die Schritte zur Erarbeitung einer Aufgabe deutlich machen. Also, sprich, dass ich mir zum Beispiel zu einer mathematischen Aufgabe die Schritte notiere, wie ich zur Lösung komme. Das habe ich auch in der Investitionslehre getan. Da haben wir sehr viele Berechnungen, sehr viele mathematische Aufgaben gehabt. Und da habe ich einfach mir immer den Weg zur Lösung schrittweise auf eine Karteikarte geschrieben. Kann man machen, würde ich jetzt hier aber nicht notieren als eine Lerntechnik. Weil hier sind auch so viele, die möchte ich auch nochmal mit euch gerne besprechen. Und noch drei habe ich ja, die ich hier gerne festhalten möchte. So, da habe ich als nächstes, möchte ich auch überspringen. Und zwar die Selbstbewertung. Ziele und Standards zur Selbstbewertung setzen und nutzen. Eine Endkontrolle durchführen, bevor man der Lehrperson die Arbeit abgibt. Wäre Selbstbewertung, wäre so etwas, was ich vor allem für Forschungsarbeiten, Hausarbeiten und Bachelorarbeiten heranziehen würde. Kann man sich mal Gedanken zu machen. So, nächster Punkt. Wir sind immer noch im überdurchschnittlichen Bereich. Also, was die Werksamkeit auf den Lernerfolg angeht. Und zwar Hilfe suchen. Bemühung, sich Hilfe bei Personen, beziehungsweise Lehrpersonen oder anderen Erwachsenen zu suchen. Zusammen mit anderen Lernen. Würde ich mal aufnehmen, den Punkt. Also, Hilfe suchen. Hilfe suchen. So, und hierzu gehört eben unter anderem, unter anderem, ich kürze das mal ab. Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Lernenden. Die eben auch an dem Thema interessiert sind, an den Inhalten. Und dass er genau mit denen eben zusammen lernt. Das ist jetzt nicht so die Strategie, die ich verfolge. Ich bin eher so dieser, wie nennt man das, Alleingänger, Einzelgänger, glaube ich, so nennt man das. Und ich lerne gerne eher für mich selbst als in der Gruppe. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich ein bisschen scheu bin von neuen Kontakten. Und dass ich Erfahrungen gesammelt habe. Da sind wir jetzt im Bereich der Erfahrungen, nicht mehr der Wissenschaft. Das sind nicht eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, sondern meine Erfahrungen. Und ich habe halt die Erfahrung oftmals gemacht. Ich wurde enttäuscht, dass eben Gruppenmitglieder abgesprungen sind. Dass Gruppenmitglieder einen im Stich gelassen haben. Und ja, ich tue mich da schwer, Vertrauen aufzubauen zu Personen, die ich nicht kenne. Ich müsste die Personen länger kennen. Denn ich müsste eine Freundschaft zu den Personen aufbauen, um dann wirklich mit denen eine Lerngruppe zu bilden. Also Hilfe suchen, durchaus eine Möglichkeit, Zusammenarbeit mit anderen Lernenden oder eben die Lehrperson heranziehen. Eine Lehrperson würde ich immer als letztes heranziehen. Was man machen kann, ist, dass man zum Beispiel in der Übungsveranstaltung an der Universität den Übungsleiter mal die eine oder andere Frage stellt. Dass er überhaupt Fragen stellt. Das könnte man hier nochmal aufnehmen und Fragen stellen an Dozenten. Schreibt mal hin, Dozenten. So, wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, sich eben Hilfe zu suchen. So, oder auch das Forum im Moodle. Semesterapparat nutzen und da die Fragen hinstellen. Nur, das müsst ihr eben rechtzeitig machen. Das bringt nichts, wenn ihr das eine Woche vorher halt macht. Da werden häufig solche Fragen auch gar nicht mehr beantwortet. Den nächsten Punkt finde ich auch echt interessant als Lerntechnik. Und zwar Notizen machen. Notizen machen. Davon mache ich auch das häufiger im Gebrauch. Und zwar heißt das nichts anderes als Informationen zu Lerninhalten und Aufgaben festhalten. Also, ihr besucht eine Lehrveranstaltung, macht wie eine Vorlesung oder auch eine Übungsveranstaltung und macht euch stichpunktartig Notizen. In der Vorlesung würde ich vor allem nicht alles mitschreiben, was euch mit auf den Weg gegeben wird, sondern nur das Wichtigste. Stichpunkte. Es reicht auch mal aus, einfach nur eine Seitennummer aus dem Foliensatz sich zu notieren und sagen, okay, auf die Folie 67 sollte ich nochmal raufschauen. Also, da stand was Wichtiges. Notizen machen. Notizen, Notizen, Notizen. Und diese sich zeitnah auch wieder anzuschauen und vorzunehmen. Weil, wenn ihr die Notizen erstmal ein paar Wochen lang liegen lässt, wisst ihr gar nicht mehr vielleicht, was ihr mit diesem Stichpunkt gemeint habt. Also, diese auch zeitnah verwerten diese Notizen. Aber ist auf jeden Fall eine sehr gute Lerntechnik, von der ihr euch auch das häufigen Gebrauch macht. Und nicht unbedingt die Notizen machen, die euer Lernpartner vielleicht macht oder euer Sitznachbar macht oder die euch der Dozent oder Professor vorgibt, sondern die Notizen machen, die euch weiterhelfen. Punkt. Wobei, beim Professor, beim Dozenten würde ich schon ein bisschen das höher gewichten als bei einem Sitznachbarn. So, dann steht hier noch im Unterricht eben mitschreiben. Also, ich notiere mal Information. Information zu Lerninhalten. Lerninhalten. Festhalten. Festhalten. Mitschreiben. So, ich denke unter Notizen kann man sich schon was vorstellen. Auch eine sehr effektive Lerntechnik bzw. Strategie, die man verfolgen kann. Dann habe ich als nächstes die Zielsetzung und Planung. Heißt, Lernziele setzen. Planung von Teillernzielen, Lernphasen, Zeitaufwand und Aktivitäten, um diese Ziele erreichen zu können. Einen Lehrplan zur Erreichung der Ziele aufstellen. Ist ein bisschen umfangreich. Ich mache das beispielsweise so in der Zielsetzung, dass ich mir auf meinem Whiteboard so zwei, drei hier Punkte notiere, die ich über den Tag einfach abfrühstücke. Jetzt habe ich zum Beispiel stehen, dass ich mich in der Wirtschaftsredakte 2 mit Classroom Experiments beschäftige, dass ich das heute noch abfrühstücke, dass ich ein Video zu Lerntechniken, eine Q&A Ausgabe erstelle. Und da habe ich noch hier stehen, dass ich noch ein Livestream heute plane. Einfach so eine Staffelung vielleicht vornehme, die man einfach so abhakt, was dann sich am Tag vornimmt. Und wenn das abgehakt ist, ist man fertig. Wenn nicht, das kann ja auch durchaus der Fall sein, dass die Ziele nicht erreicht werden. Was passiert eigentlich? Gehen wir mal die mehreren Fälle durch in der Zielerreichung. Ich erreiche das Ziel total einfach easy. Was mache ich dann? Dann setze ich mir am nächsten Tag schwerere Ziele, anspruchsvollere Ziele. So, erreiche ich die Ziele nicht, dann sind die Ziele eventuell zu anspruchsvoll. Dann setze ich mir am nächsten Tag leichtere Ziele, anspruchs, ich finde nicht anspruchslose Ziele sagen, aber die eben nicht so anspruchsvoll sind. So, also, so kann man sich eben auch immer, so findet man sein eigenes Lernniveau, auf dem man eben arbeitet, auf dem man aufsetzt, in dem man erstmal schaut, okay, sind die Ziele zu anspruchsvoll, sind die anspruchslos und dann eben immer anpassen. Irgendwann habt ihr euer Niveau so gefunden. Ja. Sollen wir das jetzt festhalten? Ähm, ich habe ja nur noch einen Punkt, den ich hier einmal festhalten möchte, deshalb gehen wir nochmal die anderen Lerntechniken durch und entscheiden eben dann, was wir noch festhalten als fünften Punkt hier. Ich habe noch Materialien durchgehen, zur Vorbereitung auf einen Test, Aufzeichnung, Notizen, Tests und Lehrbücher noch einmal durchgehen. Das ist das, was ich zu den Notizen auch schon gesagt habe, dass man hier nochmal Materialien durchgehen. Das mache ich immer ganz gerne nochmal kurz vor der Klausur, dass ich nochmal im Schnelldurchlauf nochmal die Übungsblätter durchgehe. Voraussetzung ist, dass ich mich aber dort schon mit den Inhalten intensiv beschäftigt habe. Und dann gehe ich nochmal stückweise die ganzen Materialien durch, zur Vorbereitung eben auf den Tests oder Prüfungen. Würde ich hier direkt nach den Notizen machen, relativ zeitnah, damit die Notizen noch schön frisch im Gedächtnis sind. Und ihr das Wissen eben festigt dadurch. So, ich hätte jetzt hier noch die Selbstkontrolle, Kontrolle und Überwachung des eigenen Lernprozesses und der Lernleistung. Das heißt, die eigenen Lernerfolge festhalten, überspringe ich jetzt mal. Dann kommen wir schon zu den etwas durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Lerntechniken, eine Aufgabenanalyse durchführen. Das heißt, Aufgaben analysieren und geeignete Lernmethoden und Strategien identifizieren. Zum Beispiel Memo-Techniken entwickeln, um Fakten auswendig zu lernen. Komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann haben wir noch eine bildliche Vorstellung. Sich Inhalte bildlich vorstellen, sich in Situationen hineinversetzen, um diese besser verstehen zu können. Eine bildliche Vorstellung wäre für mich auch, wenn ich ein Mindmap erstelle, sich die Konsequenzen vorstellen, was passieren würde, wenn man nicht für eine Klassenarbeit gelernt hätte. Ey, das mache ich auch, muss ich sagen. Wäre auch eine mögliche Lerntechnik hier. Denn ich denke immer so, wenn ich jetzt mich nicht hinsetze und mit den Inhalten beschäftige, was wären die Konsequenzen? Die Konsequenz wäre wahrscheinlich, dass ich durch die Klausur durchfälle, ich aber trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt nochmal lernen müsste. Also ich schiebe es quasi immer nur auf. Und das kann ja nicht die richtige Strategie sein, die man verfolgt, weil wenn ich das langfristige Ziel habe, einen Schulabschluss oder einen Studienabschluss zu erzielen oder eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, ich muss mich so oder so mit den Inhalten beschäftigen. Also mache ich das relativ zeitnah. So, da hätte ich hier noch Zeitmanagement, Einschätzung und Einteilung der Lernzeiten, tägliche Lernzeiten und feste Hausaufgabenzeiten festlegen und zu guter Letzt, ganz unten, unterdurchschnittlich werksam auf den Lernerfolg wäre die Gestaltung der Lernumwelt. Geeignete Lernorte auswählen bzw. einrichten, die das Lernen erleichtern, an einem störungsfreien Ort lernen. Ja, also ich finde schon eine Lernumgebung ist schon nicht unwichtig, aber hilft euch jetzt nicht dabei, die Klausur zu bestehen, sagen wir es so. So, jetzt können wir uns aussuchen, was wir jetzt hier noch als letzten Punkt aufnehmen. Und zwar tendiere ich zur Zielsetzung. Ich tendiere aber auch zu Memotechniken. Und zwar Memorieren, Wiederholen, Offene oder Verdeckte Strategien zur Abspeicherung von Informationen. Eine mathematische Formel, so oft aufschreiben, bis man sie sich merken kann. Ja, ich würde jetzt mal die Zielsetzung und Planung hiermit aufnehmen. Auswendig lernen sollte wirklich nur, ich schreibe das hier unten gleich nochmal hin, eine Alternative sein, die bei euch nicht ganz oben steht. Weil auswendig lernen heißt auch immer, dass mir etwas vom Verständnis eben abhanden kommt. So, und es geht ja auch darum, die Inhalte auch nachzuvollziehen. Wobei ich die Auffassung verfolge, dass hier in Bezug auf die Lerninhalte, man kann alles auswendig lernen. Grundsätzlich könnt ihr alles auswendig lernen. Ihr könnt ganze Aufgaben mit Lösungen auswendig lernen. Nur der Umfang, der zeitliche Umfang ist eben immens hoch. Und es ist auch nicht gerade motivierend, wenn ihr da 200 Karteikarten habt, die ihr euch reinpaukt. Das wäre wirklich eine Notlösung. Zielsetzung und Planung und zwar Lernziele setzen, Planung von Teillernzielen, Planung von Teillernzielen und Lernphasen, Zeitaufwand und Aktivitäten, um diese Ziele erreichen zu können. Eventuell würde ich hier noch notieren und wie man diese erreichen möchte. Erreichen möchte. Ich würde es nicht zu umfangreich machen, weil ihr müsst ja bedenken, dass ihr Ressourcen schon für die Planung aufwendet. So, eine gute Planung, alles super. Aber wenn ihr euch wochenlang mit einer Planung beschäftigt und dann hinten raus nicht mehr allzu viel Zeit habt, euch auf die Prüfung vorzubereiten, dann ist die Planung hinfällig. So, das wäre eben der Weg zum Ziel. So, ja und dann würde ich hier nochmal eine Alternative, oder sagen wir mal so, eine universelle Alternative. Alternative wäre eben Memorieren. Memorieren beziehungsweise die Wiederholung. So, und das hatte ich ja schon gesagt, dass ich, das Ziel ist die Abspeicherung von Informationen und dass ich beispielsweise mathematische Formeln, zum Beispiel für mathematische Formeln, eignet sich sowas immer ganz gut. Wie berechne ich die Produktivität, wie berechne ich bestimmte Kennzahlen. Nur, wenn das zu umfangreich wird mit den Formeln, dann würde ich eher, wo hatte ich den Punkt, und zwar eher so zum Selbstunterricht übergehen, dass man die nötigen Schritte zum Lösen eines mathematischen Problems gedanklich nochmal durchgeht, dass ihr quasi eine Gliederung erstellt. So, aber wie gesagt, das sind ja sehr viele Lerntechniken und ich bin mit euch jetzt ein paar im Detail durchgegangen, ein paar nur oberflächlich durchgegangen. Ich packe euch nochmal so das Wichtigste unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Könnt ihr gerne dort nochmal abgreifen. Das soll soweit gewesen sein. Es ist eine halbe Stunde Content geworden, aber ich habe mich jetzt gerne damit beschäftigt und ich hoffe, es ist bei euch irgendwas liegen geblieben. Ihr könnt was aus diesem Video herausziehen. Das würde mich schon mal sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben oder auch einem Kommentar unterhalb des Videos. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bye.